warte mal ich habe noch etwas noch ein bisschen was ich habe hast du ja gut ja es reicht für den anfang zumindest ja ich habe ja auch noch ein paar steine habe ich ja noch hier aber wichtig ist zum beispiel die lehme also die ziegelsteine die mir gegeben was die war schon wichtig die normalen menschen die roten als die roten nun danke danke ja dafür müssten jetzt neue sammeln ja ich habe auch keine monzernähe zu laut gesprochen über das kleid oder dach jetzt sieht ja richtig krass aus ja hoffentlich es waren wir jetzt nicht nur ohne eine viecher drauf hier ist mir schon eine spinne die bei mir an meiner wand hochklettern will die wird irgendwann gleich hier rein platzen so da muss man ja merkst du mich nicht wie ich bin so Sollen wir ein bisschen Leben suchen gehen? Du möchtest jetzt Leben suchen gehen? Ja, für dich. Also. Ähm. 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 Es könnte sein, dass es mit dem Leben jetzt erstmal funktioniert hier. Also kein Leben suchen. Jetzt gerade vielleicht noch nicht. Ich muss erstmal gucken, ob es... Wie viel ich noch brauche. Es könnte nicht gut sein, dass es... Meinst du, es bringt was, wenn ich mir eine Diamantenhacke hole? Ja, du kannst ja dann auch verzaubern, wenn du willst. Schwupps. So, das sieht nämlich jetzt schon... recht gut aus hier. Ich habe 14 Gold. Wie schön. Wie schön. irgendwie schön. 14 Gold hast du? 14 Gold, genau. So, dann. Kann ich mit euch bestimmt nicht mitprotzen, aber egal. Wo bist denn du? Ich bin in der Nier. In der Hütte. Ich würde dir gerne noch ein bisschen was geben. Aber nur ein bisschen. Oben? Ja. Ach, cool. Was denn? So richtige Sitzecken und so. Du bist nicht in deinem Schlafzimmer, okay? Ich bin ganz oben. Ganz oben? Wo geht's denn ganz nach oben? Da ist eine Leiter. Ach so. Cool. Ja, warte. Hier. Ich hab aber jetzt echt genug. Ja, wie jetzt auf einmal? Jetzt hast du Pech gehabt. Jetzt musst du das annehmen. Okay. Ich wollte es ja nur gesagt haben. Aber trotzdem, danke. Mhm. Brrt. Hast du hier irgendwo... Ah, ich seh schon. Eine Werkbank. Ich brauch eine Werkbank. Eine Diamantenspitze. Okay. 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 Boah, ich höre ganz doll laut Wasser hier irgendwo in der Nähe. Ja. Mhm. Soll ich mal die Bäume abbauen? Ja, mach ich. Du, du. Was war das denn für ein hässliches Geräusch? Hast du das gehört? Nein. Uuuuuii. So, das ist, glaub ich, wenn du in der Nähe von einem, ähm, von einer Höhle bist oder so. Ja. Ich weiß es nicht genau, aber ich mein... Ich glaub, wenn's dunkel wird, dann kommt dieses Geräusch. Das kann ich dir jetzt so nicht sagen. Dumm, tüdum. So. Ja, ähm, wir machen mal, dass es hell genug ist, im... in unserem Reich hier. Überall Fuckeln setzen. Dumm, tüdum. Dumm, tüdum. Und so so. So. Ach, nein. Was denn? Ich hab eine Scheibe zu viel gemacht. Und Scheiben gehen ja direkt kaputt, wenn man die... Ja. Das stimmt. Ach, egal. Muss ich jetzt in den neuen Sand suchen. Was soll's. Ist halt dumm gelaufen. Mhm. So. Jo. 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 Tja. Ja, jetzt hake ich hier weiter. Boom. Boom. Das ist ja echt ein krass verwachsener Baum hier. Der da bei dir? Mhm. Hast du den gesehen? Äh, eben hab ich mal. Der ist echt übel. Also ich hab alleine aus dem Baum jetzt, ähm, hab ich 27 Holzstämme. Ah, ist doch cool. So. Jetzt muss ich schnell Sand abbauen. Ja. Das ist ja auch schon mal, wenn ich mir Gläser wieder machen kann. die 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 Wand sieht ein bisschen der Hof aus hier aber was auch sonst ist es glaube ich ganz annehmen beim Dach und sieht sehr schön aus Ganz ehrlich. Okay, dann gehen wir jetzt mal... Ganz ehrlich. Mhm. Jetzt geht's mal Sand suchen. Sand, Sand, Sand. Sand gefunden. Gefunden? Mhm. Das ging aber schnell. Ja, wir sind ja auch direkt hier am Sand. Ja, okay, das reicht erstmal. Und wieder zurück. Jetzt machen wir uns dann nämlich noch schnell Glas draus und dann... Oh, was ist das denn? Ich kann ein Esschen nicht aufnehmen. Hast du vielleicht dein Inventar voll? Nein, hab ich schon geguckt. Dann ist das einfach nur verbackt. Verbackt? Mhm. Dann hängt das noch irgendwo rum und ist bei dir aber dann... Ich verteile überall einfach die Bäume hier, weil die werden wir auf jeden Fall gebrauchen. Ja. Ich hab den Riesenbaum jetzt kaputt gemacht. Hey, da ist ein Apfel runtergefallen. Dipp, dipp. Apfel, du, du, du. Apfel, du, du. Apfel, du, du. Apfel, du, du, du. Kannst aber die ja für Nahrung benutzen. Das weiß ich. Brauchst du mir nichts zu sagen. Ich wollte ja nochmal gesagt. Ja, ja. Bin ja nicht doof. Hab ich auch nicht gesagt. Ja, ja, ja. Und da war jetzt klar, es brennt mal schneller hier. Ach. Ich hab aber immer noch keine Kartoffeln. Oh, arme, arme, jo. Dafür kann ich aber gleich wieder meine Felder mal ernten gehen. So, komm, sei fertig, Glas. Ja, nicht ganz. Ich hatte ja hier mal ein bisschen. So. Du, 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 du. Ach, hier war ich. Jo, da sind grad... ...neben deinem Haus sind drei Endermans gespawnt. Du bist gleich bei denen. Ja, ich weiß. Ich bin gerade bei denen vorbei. Ich hoffe, ich hab denen nicht in die Augen geschaut. Nö, die sind noch ganz ruhig. Ich verteile nur ein paar Fackeln hier. Mhm. Boah, das hört sich an, als ob deine Hubschraube landen würde. Ja? Ja? Ich steh auf meinem Balkon. So. Dann würde ich bald mal behaupten, können wir nochmal ein Päuschen machen. Jo? Jo. Da ist irgendwas hinter unserem Mini gelaufen. Ja? Das würde ich jetzt gerne...